Hier arbeiten offene, freundliche, verrückte, diverse Menschen. Also es ist wirklich ein bunter Haufen netter Leute. Wir wollen innovativ sein, wir wollen Projekte vorantreiben, die auch etwas Positives beitragen können und verändern können. Da kommt viel Dankbarkeit zurück und viel positives Feedback. Das ist einfach toll. Die Selecta ist ein Biotechnologieunternehmen mit Sitz in Leipzig und wir beschäftigen uns mit der Entwicklung und Produktion von Enzymen. Da dreht sich sehr viel um die menschliche Gesundheit, vornehmlich für Anwendungen in der pharmazeutischen Unterlebensmittelindustrie. Was ich bei Selecta super finde, ist, dass man hier schnell viel Verantwortung bekommt und auch viele Sachen bewegen kann. Dass neue Mitarbeitende sehr herzlich aufgenommen werden, sehr offen empfangen werden, unterstützt werden. Dass wir mehr als Gemeinschaft arbeiten und nicht als reine Hierarchie und auch intern auch die Möglichkeit haben, uns weiterzuentwickeln. Und das zeigt halt auch, dass man auch ohne die entsprechenden Voraussetzungen hier weit kommen kann. Also an der Unternehmenskultur schätze ich, dass mir von Anfang an ein großes Vertrauen entgegengebracht wurde, dass ich viel Flexibilität erfahren habe. Ich habe ein kleines Kind zu Hause und kriege das sehr gut vereinbart mit meinem Job. Am meisten Spaß bei meiner Arbeit bei der Selecta macht mir, dass kein Tag wie der andere ist und ich immer sehr, sehr viel Abwechslung habe. Vor allen Dingen auch die abwechslungsreiche Interaktion mit meinen Kollegen. Wir bieten bei der Selecta sehr moderne Arbeitsplätze und sehr flexible Arbeitsbedingungen. Sie sind stark wachsend, sehr innovativ, sehr dynamisches Umfeld. Weil wir nicht einfach nur rein gewinnbringende Projekte nur bearbeiten, sondern auch Projekte, die eine gewisse Nachhaltigkeit haben oder Projekte, die mehr in die Zukunft orientiert vielleicht etwas bewegen können. Wir haben bei der Selecta eine sehr offene und transparente Unternehmenskultur. Ich würde sagen, dass es einfach ein richtig schönes Miteinander ist. Wir sind füreinander da, wir lachen auch viel und machen Spaß. Wir sind eigentlich immer auf der Suche nach jungen Talenten, aber auch natürlich Mitarbeitenden mit viel Erfahrung. Ich glaube, dass es da für viele Mitarbeitende Spaß macht, in so einer Umgebung auch zu arbeiten. Ich glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Ich hoffe, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Ich hoffe, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!